Bleib alert. Es ist etwas hier drin. Bleib alert. Es ist etwas hier drin. So Leute, herzlich willkommen zurück zu Styx, Master of Shadows. Ja, Styx ist ausgebrochen und hat überall seine hässlichen Klone hinterlassen, die uns jetzt das Leben schwer machen. Wir werden uns aber trotzdem an ihm rächen. Ihr werdet schon sehen, was er davon hat, sich mit uns anzulegen. Das sind jetzt die kleinen hässlichen Hässlons. Nein, das isst mich gar nicht. Was? Was? Nein, 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 nein. Styx bitte nicht. Bitte nicht, Styx. Was ist da jetzt mal nichts dazu, ne? Ja, dieses Spiel macht mich fertig. Hier kann ich hoch. Alter, ist krass. Was? 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 Man. War. War. Was? SAS 위주로 humтя personal. Komm mal her. Sonst keiner? Ja, das ist jetzt ganz ein anderes Spiel plötzlich. Ich bin hochkonzentriert. 40 Meter noch zu Stücks. Zack, also ohne diese Attacke wäre ich so verloren schon. Das Ambience-Geschrei ist nicht unbedingt hilfreich. Ui. Ja, wir haben erstmal speichern hier. Alter Schwede, Alter Schwede, die sind echt hart. Ich bin froh, wenn ich das hab. So, was gibt's da unten Schönes? Kann man da noch leveln? Ne. Das sah grad verdächtig aus. Gleich drei von den Dingen. Vor allem, warum kann er Kampfklone machen und wir nicht? Hm? Kann ich's mir mal einer erklären? Ich bin gar nicht da. Geh wieder. Wie komm ich da? Achso. Ich weiß, wie ich da hinkomme. Ich weiß, wie ich da hinkomme. Ganz außenrum. Ist doch klar. Ich weiß, wie ich da hinkomme. Liegen, hier wisst schon was. Ja, das ist toll. Jetzt versteck dich. Ei, 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 ei. Auf. Warum ist das gerade so intens blöd? Geht da rauf, habe ich gesagt. So, ja, drei Meter, wir haben es geschafft, Leute, nochmal speichern. Hahaha, funny how things change, don't you think? This time it's me asking all the hard questions. And believe me, boy, I'm very good at getting answers. You don't scare me, Shorty. What are you hoping for? Don't waste your time trying to resist. The mind is a funny thing, you know? If I ask you to think of something, you will think of exactly that thing, whether you like it or not. And the Amber, it will tell me everything. I must admit that the destruction of the bridge could be a tiny problem, but since you did it without hesitation, you must know another way. Ah, Querberus, he's alive. He knows a way, and you know where he is. It's you who's holding him prisoner. I knew it. Come on, show me where he is. Con, show me. Ah, demon. Amber is burning my insides. My brain is melting. Concentrate, fool. I don't care if you're scared you'll die. Free me, you rat. I'll show you who's scared. Dammit, my eyes are burning. Ah! Ah, a laboratory to study Amber. By my ancestors. You're using this old fool to distill Amber. You're the one behind the Amber smuggling. If old Barry knew this, his own son. And this laboratory, where have you installed it? It's gotta be here. Somewhere in the tower. Come on. You remember. You can see the lab. You can see the way there. You can see the surrounding area. Hmm. Let's see. Looks like... Sewers? Am I right? Querberus is being held in the bowels of the atrium? Ah, my head. I... I saw everything. I saw his memories. I recognize this place. It's not far from the hideout. Sticks wants to find the architect. So I'll find him before he does. Quick. Hm. Aber Sticks muss doch mitkriegen, wo wir sind. Ich mein, der ist ja hier mit uns verbunden. Sieht man das? Sieht man die zwei? Nee. Zum Kerker. Another one here. Go. Go get your empty shell of a skull split. Ah, ich seien da noch Menschen. Jo. Das ist gut. Menschen sind mir lieber als die anderen. Ich seien da noch Menschen. Komm, drehen Sie sich um. Nein. Ich muss eigentlich seinen Ember klauen. Ich habe hier eine falsche Taste gedrückt. Schade. Naja, jetzt müssen wir die halt auslöschen. Wurfmesser, ja. Das ist praktisch. Zurück zum Kerker. Ach, das ist so einer. So ein Apfelesser. Sollten die nicht immer noch vergiftet sein? Wie gehen wir weiter vor? Wir müssen da vorne rauf. Ah ja, wir sind auch hart. Okay. Hat der Typ jetzt noch immer keinen Apfel gegessen da drüben oder was? Ich kann immer noch pfeifen. Ich könnte die ganze Zeit pfeifen wahrscheinlich. Ich habe es nur nie verwendet. Was ist denn das? Ach, jetzt hat er einen Apfel gegessen. So Leute, wo seid ihr? Ich auch. Du wirst nie wieder was sehen, du. So, zum Kerker. Klon. Zum Kerker. Klon. Was macht der Klon? Wenn, dann nehmen wir den Klon mit, würde ich sagen. Ich speichere ihn mal schnell. Oh, so viele Speicherstände. Wollte ich gar nicht. Alter, sind das viele. Was machen die alle da? Alter. Alter. The next time you won't escape me, I'll get you next time. Seele, da fast gar nichts. Gar nicht. Steck die Waffen weg. Da ist nichts. Bevor er euch noch wehtut. Man hat der Ember vielleicht mit, oder wenn er sich klauen kann. Richtig schlechte Position. Oh, ich dachte immer, ich kann die nicht töten. Nee, der sitzt da nur. Ja, geht den mal suchen. Nein, 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 nein. Ja, das war schlecht. Leute. Hier rauf. Aus der Gefahrenzone. Nun. Die Klon ist da drüben. Kerker ist da oben. Ach, jetzt bin ich beim falschen Weg. Ja, egal. Ich gehe einfach zu Kerker. Warte, nee, nicht brennen, nicht brennen. Hallo, hallo. Ich habe nichts für mich zu heilen. Ja. Licht aus. Hä? Davor war es ja weniger, oder? Verstehe ich nicht. Davor stand doch da drei Meter oder so. Habe ich mich verlesen? Kann schon sein. Ach, da war ein Haken an der Wand. Ja, ja, ja. Gut, 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 gut. Ja, Leute, haut ab. Ich stehe zu dem Klon da drüben. Das ist gar nicht so einfach. Mit dem Klon würde ich aber gerne in der Folge noch kommen. was ich... Ich weiß, was ich... was ich... was ich... was ich... was ich... Es ist etwas da. Am meisten nerven die, die sich angucken, ne? Die eine geht jetzt immer im Kreis, oder wie? Der hätte aber ein Fläschchen, das ich brauche. Der stippt sich jetzt gleich. Mache ich mich unsichtbar und dann laufe ich da durch. Das ist der Plan. Ja, das war schon mal nicht schlecht. Das Fläschchen ist unglaublich. Ich habe nie gesehen, wie ich es in meiner Leben gesehen habe. Nicht vergessen, dass meine Reaktion für dich zu bringen, eher als der Kapitän. Du hast mir gebeten, dass du die Reaktion hast. Ja, natürlich, dass du dein großer Päschchen hast, verdammt. Du hast keine Ahnung, wie die Werte von so einer Erkrankung. Ja, wir versuchen nicht, zu viel Reaktion mit deinen Experimenten zu machen. Ich werde nicht die Inspektionen über deiner kleinen Hälfte allgemein können. Aber das machen wir in der nächsten Folge, würde ich sagen. Ich sage schon mal danke fürs Zugucken. Ich freue mich noch schnell auf hier. Wenn es euch gefallen hat, schreibt einen Kommentar. Lasst mir ein Like da. Und wenn ihr noch nicht abonniert habt, wärt es mich freuen, wenn ihr abonnieren würdet. Ja. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann hier in der nächsten Folge. Tschüss. ikk Da tipo einer Lange, drei, drei, drei Jahreипend. Diener Kone, bis dahint quarters. Da gibt's uns zu viel normaler. Vielen Dank.